So, Entschuldigung, jetzt hab ich dir reingeredet. Macht nichts! Hallo, wir machen weiter bei Undertale. Das letzte Mal haben wir uns in Richtung des Schlosses begeben und dort ein interessantes Gespräch mit Sans angefangen. Außerdem haben wir die Geschichte von Asriel, wie hieß er Asriel? Asriel. Asriel. Erfahren. Und wenn man immer wieder bei Sans das Spiel beendet, ohne zu speichern, dann ändert sich sein Text ein wenig. Das heißt, jetzt muss ich erstmal wieder einen Teil durchskippen. Weiß ich nicht. Ich glaube, es kann sein, dass es sofort... Und wir werden relativ schnell wahrscheinlich ihm dann sein Codewort sagen. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist, weil es schon nur wisper, wisper dort. Aber gut, wir werden sehen. Oh, es ist ein wunderschönes Codewort. Ich bin mir sicher. Huh? Do you have something to say to me? Ah, sehr schön. What? A Codewort? Can I speak a little louder? Did you... Just say, I'm a stupid doodobud? Wow. Yeah. It sounds wrong. Wow, I can't believe you would say that. Not only is it completely infantile, but it's also a secret Codewort. That, however, isn't good enough. Oh, wir müssen das noch mehrmals machen. What you need is a secret, secret Codewort. Of course. It's only for people that know the secret Codewort. Anyway, here it is. Creepy. I'm counting on you to come back here and tell me that. See you later. Yay. That's a sense. Was hast du erwartet? Ausschalten. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, natürlich nicht. Ja. Zwei Minuten Part. Geil. Läuft. Ah, so. Das dauert jetzt aber nicht zu lange laden. Vorhin hat es auch nicht so lange gedauert. So lange sehen die Leute halt jetzt einen schwarzen Bild. Da ist es schon. Hey. Ich sehe es auch noch nicht. Nein, du siehst noch nichts. Du kriegst das auch gleich. Was müsste so ein Schnellknopf-Button für Skype begeben? Mhm. Wo du am Fenster einfach direkt einklicken kannst. Ich finde die Air Friends-Werbung auch gerade schön. Ah. Das glaube ich sofort. Ah, ja. War richtig toll. Wenn der Part übrigens verdammte Scheiße heißt, dann habe ich versehentlich auf Reset irgendwann gedrückt. Nur weil es war am Rande. Okay. So. Ahem. Huh? Do you have something to say to me? What? A code word? Can I speak a little louder? Did you just say I'm the legendary fart master? Oh, yeah. Wow. That's... Uh... Really schallisch. Why would you think that was a secret, secret code word? Whoever told you that is a dirty lair. I don't have a secret, secret code word. However... I do have a secret, secret, triple secret code word. Fuck you, Sans. Fuck you, Sans. What you just said. What? So, I guess you're qualified. Here's the key to my room. What? What? Der war immer abgeschlossen. It's time. You learned the truth. When you looked, the key was already on your keychain. Ah, der Charakter, ne? Jetzt darf ich speichern? Jetzt darfst du speichern. Und jetzt dürfen wir backtracken? Richtig. Ich nehme an, auf dem Weg des Backtrackens passiert an sich nichts. Nein. Ich überlege gerade, ob ich schnell genug bin oder ob ich einfach... Es gibt ja die kurze... Ja, deswegen die Fahrstühle, den Dings. Also es geht eigentlich relativ fix. Ja, ich überlege, ob ich die Aufnahme beende und dann da wieder quasi starte oder eben... Du kannst es so machen. Weil ich könnte es dann einfach zusammenpacken. Andererseits. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. So lange dürfte es nicht dauern. Ah, das laufen wir schnell ab. Ich muss ja an sich... Ich muss ja wirklich nur aus dem Hotel raus. Lauf dann da runter. Ja, da sind wir ja gleich. Und dann fahre ich schon nach Snowden. Da sind wir ja wirklich gleich. Ich sagte, das ist eigentlich relativ fix. Das ist Quark, deswegen zwei Parts zu machen. I know a shortcut. And another. And another. And another. Hier ist nichts. Es sieht nur schön aus. Ja. Ja. Hm. Ja. So. Left floor, bitte. L1, richtig. Richtig, richtig. Richtig. Lf1. Einfach das Automatischste. Ja. Hör mal nach Snowden, bitte. Dankeschön. Aber das ist echt fies, denn das vorhin nicht wusste es, ey. Ja, da kommt doch kein Mensch drauf. Ah, doch. Sonst würde man es ja nicht wissen. Ja, gut. Na ja, dass Sense bestimmte Fähigkeiten hat, weiß man ja. Also kann man ja auch mal absehen. Es kommt bei andern halt drauf an, also weil man scheint es ja relativ leicht zu editieren zu können. Ich glaube, man kann in den Quellcode reinschauen und so. Weil es mit dem Game Maker gemacht wurde. Ja. Einfach nochmal den hier probieren, aber dann passiert nichts. Ah, ja, ja, what do you, schmuck. Bla, bla, bla. So, kurz noch was anderes. Ha. Wenn wir eh schon hier sind. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber da, wenn ich hier schon vorbeilaufe. Ja, doppelt save. Aber kaufen können wir. Ja. Ja, das ist ja dann besser. Ja. Und das war das quasi, das war das, was dann plötzlich ein Quest-Item war. Hm. Ah, ich hab alles. Okay. Alter, lass mich raus. Ach so. Ja, okay. Ähm. Ja, da. Ähm. I don't know. I don't know. Just see you laters. Oh. Hey, punk. What's up? Äh, achoo. Papyrus, how can you stand this coin? Du hättest ja in der Zeit schon eine Jacke besorgen können, Mädel. Vor allem, sie stehen immer noch draußen. Ja, die haben doch vorhin telefoniert, da waren sie drin. Oh mein Gott. Ich weiß, ob ich da oben rein will. Doch. You unlock the door and enter. Tschüss. Na, Alex. Geh einfach geradeaus. Oder so. Ist auch okay. Kühn nicht. Weiter. Das ist ein sehr großer Raum. Geh einfach weiter. What? Hey, Sans, have you seen my... Oh, hello, you aren't, Sans. Wait a second. Why were you using a treadmill in the dark? Is Sans pranky across time and space? I hate it when he does that. How immature can you get? Also, have you seen my action figures? Wait, I know where to look. In my collection. Nyehihi. Sometimes I'm a genius. All the time. Ja, ich find immer noch der passt zu dir. It's a treadmill. There's a message attached. The truth is that you got owned, nerd. It's a lamp. Turn it on. There's no light bulb. A flashlight is stuck in the bulb socket. Turn it on. The flashlight is out of batteries. Sans! It's a thank you letter. It's addressed to Santa. It's an uncovered pillow. It's a worn mattress. The sheets are bunched up in a weird, crazy ball. What the fuck is that? It appears to be a self-sustaining tornado made of trash. Ich will das auch können. That's cool. It's sans dirty sock pile. Is das ganz skandalös? Das ist ja so leuchtet. Das ist schon interessant. Hast du alles angelegt? Ich weiß nicht. Hab ich was vergessen? I don't know. Ich wollte es nicht gerade sagen. Ich wollte es nicht gerade sagen. You put it on your keychain. Ja, da muss ich dir jetzt gerade helfen. Geh mal aus dem Haus raus. Ach, fuck it. Äh, ich will mir das mal anschauen. Oh. Es ist einer mit dem Handy dran. Du kannst es nicht. Never mind. Geh aus dem Haus raus. Aus dem Haus. Ich raus. W-w-w-wait. Okay. What? I thought you had gotten out of my room. What? We are going to have to start over from square one. First, do you know who Papyrus is? What? Okay. Okay. Dann soll ich das hier vielleicht auch nochmal machen. Was? Was? Ich wollte das hier jetzt mal die Tür anfangen lassen. Der Hund war da noch nicht drin. Nein. Jetzt schon. Jetzt ist er weg. Ja. Okay, ich nehme an, der Hund ist das einzige, was da mal reinkommt. Lel. Och. Sans hat keinen Empfang. Schon klar? Ne. Du bist in mein Haus. Good choice. Though, ich denke, es ist technisch sein Haus, auch. Sons Haus, auch. Aber ich würde nicht diskutieren, dass es ein Teil davon ist. Sein Haus ist, ist wie eine andere Welt. Ein Welt, wo sie nicht wissen, wie sie ein Wacken haben. Oh, je. 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 You're best staying away from that strange place. Das Ding ist so toll, you can take a wash of hands. Vor allem ja, nicht nur du. Sans ist ja auch zu small. Der kommt wohl nicht rein. Äh. Geh mal. Ja, da. Ich. Ne. Wir haben ja auch noch nie drin. Kommt mir gerade. Hey. Nein, da. Das ist es nicht. Das, da kommst du rein, wenn du. Cool shit. No, I've never thought of that. That's why we are friends. Und nein. You enrich my life with shit-based puns. That's the only one I've ever made. Dude. Okay. Da kommst du rein, wenn du, ähm, gegen Papyrus verlierst, in Anführungsstrichen. Er lässt dich mit einem HP und sperrt dich dann dort ein. Genau. Da sollst du hin. Ich kann das Haus. You unlock the door and enter. Was zum... Wie soll man das denn finden? Ich meine, gut, ich hab indirekt, aber... There's a photo album inside the drawer. There are photos of scents with a lot of people you don't recognize. He looks happy. You look into the drawer. There's some kind of match. Kann ich das nehmen? Nein? Okay. Blueprints. You can't read the symbols. They are written in. Or maybe it's just the handwriting. It looks like they relate to some kind of strange machine. Aber ist das dann so, dass wenn man, äh, einmal speichert, kann man das Ganze hier nicht mehr machen, während man mit Sans redet quasi? Ich weiß es nicht, ob das dann nicht mehr so funktioniert. Blueprints. You can't read the symbols. They are written in. Or maybe it's just the handwritten... Das da... Looks like they relate to some kind of strange machine. Das hab ich doch gerade schon gelesen. Wo bin ich? There's a strange machine behind the curtain. It seems to be broken. Ja... Hm. Genau. Es gibt Theorien. Wieso, weshalb, warum. Ach, das ist alles? Oder kommt der nochmal? Da reden wir später mal drüber. Okay. Wir sollten erstmal das Spiel zu Ende spielen. Also du solltest spielen. Okay. Ich geb nur du mal Kommentare. Aber wir haben jetzt was gesehen, mit dem wir nichts einfach gönnen. Naja, rein theoretisch ist es... Irgendwas hat er damit zu tun und er kann anscheinend auch sich hin und her teleportieren und stuff. Er ist sozusagen ein sehr interessanter Charakter. Ja, ich merk das schon. Nein! Cool, whatever. Ach, obwohl. Wir können eigentlich mal kurz in Tempivitisch vorbei schon ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel das One Dagger. Oder so. Jo, ich wusste zwar nicht mehr, was du damit anfangen willst, aber okay. Mit dem Geld, meinst du? Mhm. Jo, das stimmt auch wieder. No! Oh mein Gott! Gott, fucking dammit! Ah! Ja. Gut, so kann man einen Part auch in die Länge strechen. Ich überlege gerade, machen wir ihn einfach ein bisschen kürzer und gucken uns das nächste Mal in dem lustigen goldenen Raum weiter um. Mhm. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich endlich mal dort angekommen bin, wo ich hin will. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Und tschüss! 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 Tschüss!